Sinful Queen von Megan March Es lesen Lara Le Bon und Christian Scheiphorn. 1. Mount, 30 Jahre zuvor. 1. Mount, 30 Jahre zuvor. Ich und mein Müllsack waren in den letzten neun Jahren 14 Mal umgezogen. Ich konnte mich nicht erinnern, wie oft ich davor herumgereicht worden war. Meine erste Erinnerung bestand darin, dass mein Magen vor Hunger geschmerzt hatte. Also hatte ich meinen Pflegevater um mehr Abendessen gebeten und er hatte mir ins Gesicht geschlagen. Damals war ich vier gewesen, zumindest teilte man mir das mit. Es war schwer, das eigene Alter im Blick zu behalten, wenn man niemals Kerzen auf einem Geburtstagskuchen sah, weil man noch nie einen Kuchen bekommen hatte. Ich würde wetten, dass ich einen bekommen hätte, wenn Mrs. Holiday noch am Leben gewesen wäre. Aber sie wurde ernsthaft krank und man brachte mich nach sechs Monaten in ein neues Haus, als klar wurde, dass sie nicht mehr lange leben würde und sich nicht um uns kümmern konnte. Das war das erste Mal gewesen, dass ich mich von jemandem gewollt gefühlt hatte. Das erste Mal, dass mir jemand erlaubt hatte, meine Kleidung selbst in einem Geschäft auszusuchen. Das erste Mal, dass mich jemand gefragt hatte, was ich zum Abendessen haben wolle. Das erste Mal, dass ich je das Gefühl gehabt hatte, eine richtige Mutter zu haben. Das machte es jedoch nur schwerer, als sie fort war. Dadurch lernte ich mich in diesem Leben nie zu sehr an etwas oder jemanden zu binden, denn die Zukunft hielt nie etwas Gutes bereit. Jedes Haus, in dem ich vor und nach ihrem lebte, war eine andere Version des gleichen alten Elends. Ich war keins ihrer richtigen Kinder. Ich war der Gehaltscheck, für den sie nicht arbeiten mussten. Sie gaben mir kaum genug zu essen. Man konnte von Glück reden, wenn man eine Zahnbürste bekam. Und Kleidung? Man musste anziehen, was auch immer die Kirche spendete oder vielleicht auch das, aus dem die richtigen Kinder herausgewachsen waren. Etwas Neues erhielt man nicht. Das war verdammt sicher. Das Unterhemd, das ich in diesem Augenblick trug, war mehr schmutzig als weiß. Und als ich damit ein paar Tage zuvor an einem Maschendrahtzaun hängen geblieben war, hatte ich ein Loch hineingerissen. Als Jerry das gesehen hatte, hatte er mich gegen die Hauswand gedrängt und seinen Gürtel ausgezogen, um mir damit eine Lektion zu erteilen. Das tat er gern mehrmals pro Woche, vor allem nachdem er gerade ein Sixpack leer getrunken und viel geraucht hatte. Bösartige Säufer waren auch nichts Neues für mich. Mittlerweile konnte ich sie auf 100 Meter Entfernung erkennen. Wenn Jerry nicht ein gutes Stück größer und um einiges schwerer als ich gewesen wäre, hätte ich zurückgeschlagen, als er das erste Mal sein Gürtel auszog. Und es gab noch einen Grund, warum ich mich nicht wehrte. Ich wusste, dass es niemanden geben würde, der Destiny beschützen könnte, wenn man mich aus seinem Haus rauswerfen würde. Sie war erst sechs Jahre alt, aber ich konnte sehen, wie Jerry sie anschaute. Es war nicht richtig, also tat ich mein Bestes, um immer in ihrer Nähe zu bleiben. Oft schlich ich mich nachts aus meinem Zimmer und schlief vor ihrer Tür, nur um dafür zu sorgen, dass er nichts versuchen würde. Ich traute diesem fetten Stück Scheiße nicht über den Weg. Wir freuen uns so sehr, dass wir endlich in der Lage sind, Destiny und ihre Schwester zusammenzubringen. Sagt alle mal Hallo zu Hope, sagte die Sozialarbeiterin. In ihrer Stimme lag so viel Hoffnung wie im Namen des Mädchens. Sie verstanden nicht, dass es in diesem Haus keine Hoffnung gab, nicht mal dann, wenn sie hier war. In diesem ganzen verkorksten System gab es keine Hoffnung. Destiny rannte auf ihren kurzen, dürren Beinchen quer durchs Zimmer und umschlang das andere Mädchen. Jerry, seine Frau Dixie und ihr Sohn Jerry Junior beobachteten das Ganze aus ein paar Metern Entfernung. Er kam ihr nicht mehr allzu nah, vermutlich, weil mich Jerry und Dixie nur ein paar Mal pro Woche duschen ließen. Sie wollten Wasser sparen, zumindest behaupteten sie das. Als das neue Mädchen den Müllsack fallen ließ, um seine kleine Schwester zu umarmen, fuhr sich Jerry mit der Zunge über die Zähne und beäugte es, als wäre es eins dieser dicken Steaks, die er vom Metzger mit nach Hause brachte, um sie nur für sich allein zu braten. Mein Magen verkrampfte sich, als mir klar wurde, dass Hope älter war, als ich aufgrund ihrer winzigen Erscheinung gedacht hatte. Sie war vermutlich älter als ich. Sie hatte bereits Brüste und trug definitiv keinen BH. Jerry konnte den Blick nicht von ihren Brüsten losreißen und bemühte sich nicht mal, es zu verbergen. Wenn die Art, wie er Destiny anschaute, nicht richtig war, dann war die Art, wie er Hope anschaute, regelrecht widerwärtig. Ich hatte seine Pornoheftchen in einer Kiste im Schuppen entdeckt. Er glaubte sicher, dass sie dort niemand finden würde. Er mochte sie jung und blond, und ich wollte die Sozialarbeiterin anschreien, dass sie beide Mädchen mitnehmen und so weit wie möglich von diesem Haus wegbringen sollte. Aber ich wusste, was passieren würde, wenn ich den Mund aufmachen würde. Ich wäre derjenige, den man von hier wegbringen würde, und dann gäbe es niemanden mehr, der die beiden vor Jerry beschützen könnte. Du hast mir so gefehlt, flüsterte Hope Destiny zu und ließ sich auf dem schmutzigen Linoleumboden auf die Knie sinken. Sie umarmten sich lange und fest. Dann schaute Hope auf, um den Rest von uns zu mustern. Jerry trat natürlich als erster vor. Sein weißes Trägerhemd spannte über seiner Wampe, als er die Arme ausstreckte. Ich bin dein neuer Daddy, Hope. Willkommen zu Hause. Hope riss die Augen auf und schaute hinter ihn, bis sie mich entdeckte. Sie erkannte sofort, dass wir das gleiche Schicksal teilten. Sie wusste, dass ich keins der richtigen Kinder war. Ich schüttelte nur kaum merklich den Kopf, um sie zu warnen. Ich musste Hope Anerkennung zollen. Sie erkannte meine Signale schnell und deutete sie richtig. Das war ätzend, denn es bedeutete, dass sie diesen Mist, der mich zur Weißglut treiben würde, schon mal durchgemacht hatte. Sie hielt Destiny weiterhin an sich gedrückt und schenkte Jerry eine dieser halbherzigen Umarmungen von der Seite. Doch dieser Mistkerl war hartnäckig. Er zwang beide Mädchen in eine feste Umarmung. Es fühlt sich an, als wäre unsere kleine Familie jetzt komplett. Dixie nickte ihr zu. Sie sagte nicht viel, vermutlich, weil sie den Großteil des Tages damit verbrachte, aus einer Zwei-Liter-Flasche Sprite zu trinken. Nur, dass die Flüssigkeit darin keine Kohlensäure enthielt. Als sie nach meinem Einzug das erste Mal auf der Couch einschlief, drehte ich den Deckel ab, um einen Schluck zu probieren. Wodka. Sollte ich mit 13 Jahren wissen, wie Wodka schmeckte? Vermutlich nicht. Aber ich hatte nicht den Luxus einer Kindheit. Außerdem war sie ständig damit beschäftigt, die Blutergüsse zu überschminken, die Jerry in jenen Nächten auf ihrem Körper hinterließ, in denen er den Plattenspieler in ihrem Schlafzimmer sehr laut auftrete. Vielleicht war es falsch von mir, aber da ich mir bereits ziemlich sicher war, dass ich ohnehin in die Hölle kommen würde, da mir meine letzte Pflegemutter den Spitznamen Teufelsbrot verpasst hatte, war ich froh über diese Nächte. Sie bedeuteten, dass er sich wahrscheinlich nicht an Destiny heranmachen würde. Aber Hope, verdammt, Hope bedeutete Ärger. Jerry ließ die beiden nach einer unangenehmen, langen Umarmung los. Die Sozialarbeiterin strahlte immer noch, weil es ihr gelungen war, die Schwestern wieder zu vereinen. Tja, dann lasse ich sie mal allein, damit sich alle besser kennenlernen können. Sie schaute zu Dixie. Sie wissen ja, wie das läuft. Es gibt nichts Neues. Jerry lachte, wodurch sich der untere Saum seines Trägerhemms ein wenig nach oben schob und sein Bauch hervorquoll, der ihm über die Hose hing. Abgesehen davon, dass der Scheck, den wir jeden Monat erhalten, von nun an ein bisschen üppiger ausfällt, meinen Sie wohl? Das Lächeln der Sozialarbeiterin verblasste ein wenig aber. Sie nickte. Natürlich. Sie schaute zu den zwei Mädchen, konzentrierte sich aber hauptsächlich auf den Neuzugang. Du hast meine Nummer, falls es irgendetwas gibt, worüber du reden willst. Ich hoffe, dein neues Zuhause gefällt dir und ich bin so froh, dass du und Destiny endlich wieder zusammen seid. Sie wird es hier erleben, sagte Jerry. Sobald die Sozialarbeiterin davongefahren war, legte Jerry seine Wulstfinger um Hopes Unterarm. Ich werde dir dein neues Zuhause finden.